Hallöchen ihr Lieben und Willkommen bei einem kleinen Stream-Info-Video, ja, denn ich werde am 11. Mai dieses Jahres natürlich, und zwar am Samstag ist das, nächste Woche, einen kleinen Stream hier auf YouTube machen und zwar werden wir ein kleines Projektchen hier starten, quasi ein kleines Live-Projekt und das Ganze wird, wie man es hier vielleicht schon sieht, in der 1.14 auch stattfinden und ja, was wird denn eigentlich gemacht? Ganz einfach, ich werde quasi versuchen Minecraft durchzuspielen, in Anführungszeichen durchspielen, man kann es ja nicht wirklich durchspielen, aber bis zum Ender Dragon durchspielen und zwar das Ganze ohne Crafting-Table, das heißt, wir werden dieses wunderschöne Gerät hier gar nicht sehen, beziehungsweise nicht benutzen und ja, das wird relativ spannend. Auch dieses Gerätchen hier, also das Handwerkerfeld, das werden wir auch nicht nutzen, das heißt, es wird wirklich sehr, sehr spannend, komplett ohne Crafting, um durch das Spiel zu kommen. Da in der 1.14 die ganzen Dörfer neu gemacht wurden, müssen wir auf die zurückgreifen, denn wir können ja keine Sachen craften, also müssen wir entweder die Sachen dort finden in den Kisten oder eben uns ertauschen. Der Stream geht um 14.30 los, also um halb drei mittags, hier auf YouTube diesmal, das heißt nicht auf Twitch, sondern hier auf YouTube. Ich bin mal sehr gespannt, was das Ganze wird, weil ich habe hier auf YouTube noch gar nicht richtig gestreamt, einmal einen kurzen Test zu geben und das war richtig toll, ja, damit das Ganze funktioniert, aber sonst noch nicht und das wird ganz interessant auch für mich, eine ganz neue Erfahrung und ja, dann sehen wir uns hoffentlich am Samstag um halb drei mittags auf YouTube. Genau, nicht auf Twitch, ich wollte gerade noch nichts für zu sagen, aber nein, auf YouTube, genau hier auf diesem Kanal und ja, dann sehen wir uns, dann, ich wünsche euch damit noch viel Spaß und einen schönen Tag und haut rein! Bis zum nächsten Mal!